Was für mich normal ist? Normal ist für mich seit meinem sechsten Lebensjahr gar nichts. Normal ist, wenn die Polizei vor meinem Haus hält. Das ist für mich normal. Wir waren damals schon... Bullenscheißegal, aber wir sind heute noch die Bullenscheißegal. Scheiße. Wissen Sie was? Bannam, Bernam, Fero. Bannam, McTree. Bannam, Bernam, Fero. Geblendet von Hochhäusern. Gefängnis für ein paar Mäuse. In Bedrängnis sprechen Fäuste. Kämpfen ohne sich zu beugen. Zwischen Gangstern und Grundzeugen. In jedem Menschen steckt ein Teufel. Der Sensenmann lässt sich nicht täuschen. Straßenlegenden sind mein Zeugnis. Sex erkennst in meinem Beutel. Kletter über hohe Zäune. M2M Bahnhof Bonhoeffer. Wetterentsätze, tote Träume. Sitz am Lenkrad und betäub mich. Über Grenzen fickt das Tollabdick. Jetzt jedes Blitz, wir geben Vollgas. Schnelle Hände machen Beute. Mein letztes Hemd für meine Freunde. Der Respekt für meine Treue. Ich push die Gang und du drehst Däumchen. Gib dem Penner ein paar Euros. Häng im Ghetto nur mit Räubern. In meinem Keller bunkern Beutel. Goldene Kette für die Frau. Und für meinen Sohn teure Spielzeuge. Komm zu nem Treffen mit ner Keule. Kleine Keks flittern auf Bäume. Es geht um Cash, jeder ist käuflich. Du denkst an gestern, ich an heute. French Connection, Handy läutet. Ort aus Maghreb, echte Leute. Beste Pollen im Gewächshäuser. Blimp, Pure Hate im Auftrag des Teufels. Glauben Sie wirklich, dass wenn man mich hinter Gitter bringt, sich irgendwas ändert auf den Straßen? Die Fixer drücken weiter, sie klauen weiter und sie sterben weiter. Ob ich in der Gitter sitze oder nicht, ändert gar nichts. Beste Pollen im Auftrag des Teufels. Beste Pollen im Auftrag des Teufels.